Willkommen bei Geschichtsfenster, mein Name ist André und heute geht es um Geld, Maße und Gewichte. Vor dem eigentlichen Video noch ein kurzer Aufruf, den werde ich später dann in der Woche, wenn ich daran denke, aus dem eigentlichen Video wieder rauslöschen. Das ist jetzt so ein kleines vorgesetztes Stück. Nächste Woche bin ich ein Jahr lang auf Sendung. Wer jetzt nachschaut, wie lange ich auf Geschichtsfenster sende, wird merken, so lange ist das noch gar nicht, in den ersten paar Monaten. Vorher war ich aber auf CapTorga auf YouTube unterwegs und davor auch auf Facebook für CapTorga, der berühmte besinnliche Lockdown. Und der hat tatsächlich, also nicht Stand jetzt, sondern Stand nächste Woche, vor einem Jahr stattgefunden. Und dementsprechend dachte ich, nächste Woche gibt es eine Jubiläumssendung. Und zwar die Leute, die meinem Kanal nicht nur auf YouTube folgen, sondern auch auf Twitch. Jeden Dienstag gibt es da eben diesen Kanal, das, was ich hier später auf YouTube sende, live. Und da gibt es etliche Leute, die das Ganze live verfolgen. Und danach haben wir immer eine schöne Fragerunde, fast immer Fragen zum Thema. Und ich dachte mir, das wird der Inhalt für eine Jubiläumssendung. Ich weiß, es ist völlig doof, so einen Aufruf an den Anfang zu setzen. So etwas muss man erst ankündigen und dann am Ende machen. Da würde Leute schön bis zum Ende gucken. Aber so clever, was Marketing angeht, war ich irgendwie noch nie. Also hier der Aufruf zur Jubiläumssendung. Stellt mir Fragen. Einfach in den Kommentaren. Fragen zu historischen Dingen. Ich kann nicht alles beantworten. Es gibt ganz viele Dinge aus der Geschichte, über die ich einfach überhaupt keine Ahnung habe. Fragen über mich, über das, was ich so tue. Fragen über diesen Kanal. Stellt Fragen. Stellt alle Fragen, die ihr wollt. Und nächste Woche werden wir uns dann in einer Jubiläumssendung genau damit beschäftigen. Ich bin gespannt, was so zusammenkommt. Ob das überhaupt eine Sendung füllt. Ich hoffe. Ja, das war so die Einleitung. Und jetzt fangen wir einfach nochmal von vorne an, damit der spätere Film, den ich dann so recht geschnippelt habe, auch einen normalen Anfang bekommt. Willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um Geld, Maß und Gewichte. Wir sind ja gerade noch im Thema Stadt. Und der nächste Teil dieser Städtereihe wird sich mit sozialen Ständen beschäftigen, aber auch damit, was kostet das Leben in der Stadt, Wohnraum zum Beispiel, sonstige Nebenkosten. Das werden wir in mehreren Filmen nach und nach behandeln. Und damit wir überhaupt verstehen, was die Quellen verstehen können, ist es wichtig, sich erst einmal mit dem Thema Geld, Maß und Gewichte zu beschäftigen. Das habe ich auch vor längerem schon mal auf Geschichtsfenster, auf meiner Homepage, ein paar Aufsätze geschrieben. Die werde ich auch unten verlinken. Da kann man ein paar von den Quellen und von den Zahlen nochmal nachlesen. Nicht wundern, dass da die Bilder fehlen. Das war damals eine ganz unschöne Geschichte. Ich hatte dann ein Bild aus Wikipedia kopiert oder übernommen. Es stand sogar in der Bildbeschreibung, aber nicht offensichtlich. Ich hatte es in die falsche Zeile eingetragen. Man hätte draufklicken müssen und dann wurde ich abgemahnt. Und die Leute, die mich abgemahnt haben, hatten was mit der Wikimedia-Founderchen zu tun. Sehr doofe Geschichte. Hat Geldkurse, auch wenn damals schon Leute, die Geschichtsfenster gefolgt sind, eine Sammlung gemacht haben und das Ganze sehr, sehr deutlich abgefangen haben. Nicht wundern, dass ausgerechnet bei diesem Artikel keine Bilder da sind. Ich bin ein gebranntes Kind. Diesmal habe ich aufgepasst. Die Bilder, die ich heute zeige, sind entweder von mir oder gemeinfrei. Ich darf sie verwenden. Also beschäftigen wir uns mit dem Thema. Maße, Gewichte und Geld, das sind alles so Dinge, die sind künstlich festgelegt. Darauf hat man sich geeinigt. Das ist eine soziale Vereinbarung einer Gruppe, die sich darauf einigt, gewisse Einheiten zu verwenden. Und gerade bei Maßeinheiten, ich behandle ja hauptsächlich Längeneinheiten und Gewichtseinheiten, kann man das sehr, sehr schön sehen, da wir hier noch die Ursprünge des Ganzen mitbekommen. Ein paar dieser Einheiten kennen wir heute noch genauso. Ein paar sind irgendwo auf der Welt auch noch in Nutzung. Aber so das Grundmaß des Mittelalters ist der Fuß und der ist eingeteilt in Zoll. Und da sind wir schon genau beim heutigen amerikanischen System. Es gibt tatsächlich nur noch ganz wenige Staaten auf der Welt, drei Stück, die nicht das metrische System verwenden. Eins davon sind eben die USA. Und die USA benutzen eins zu eins das mittelalterliche Maßsystem. Sie nennen das imperiale Maße, Imperial System, bezieht sich auf das englische Empire, können sich aber genauso gut auf das Heilige Römische Reich beziehen. Denn das Heilige Römische Reich hat diese Maßeinheiten verwendet, sie sogar hervorgebracht zum Teil. Und ein Fuß ist klar, ist eine Fußlänge. Ein Zoll ist ebenso klar, ist eine Fingerbreite. Und tatsächlich wurde ich auch schon im Vorfeld gefragt. Wenn man so eine Stadtführung hat, dann sieht man sehr oft irgendwo in der Kirche oder ähnlichen Gebäuden eingelassen Längeneinheiten. Hier haben wir zum Beispiel die Frankfurter Elle in Frankfurt am Leinwandhaus. Und das ist tatsächlich historisch, das ist auch mittelalterlich, dass solche Längeneinheiten öffentlich sichtbar gezeigt wurden. Ebenfalls sehr schön in Regensburg, da haben wir gleich drei Einheiten. Da haben wir den Fuß, die Elle und den Klafter. Und wie gesagt, Fuß, sehr einfach. Man nimmt einen Fuß zum Beispiel eines Herrschers, der wird festgelegt, das ist jetzt der Fuß. Diese Einheiten blieben dann allerdings auch so. Es ist nicht so, dass bei jedem neuen Herrscher ein neuer Fuß gemessen wurde, sondern tatsächlich irgendwann wurde der Fuß festgelegt und der blieb dann auch so. Ich wüsste jetzt nicht, dass im Mittelalter irgendwo Großeinheiten verändert oder getauscht wurden. Wobei ich dazu sagen muss, auf dem Land ist die Quellenlage zu solchen Maßeinheiten unfassbar schlecht. In den Städten ist sie viel, viel besser. Da haben wir zum Beispiel genau solche Quellen. Das war eben noch an einem Haus hier, das ist das Rathaus in Regensburg. Kann ich gerade gar nicht beantworten. Sind diese Maßeinheiten deutlich sichtbar. Und natürlich Städte haben viel mehr Schriftquellen, da finden wir die Maßeinheiten ebenso. Aber jede einzelne Stadt hatte seine eigenen Einheiten. Eine Regensburger Elle hat nichts zu tun mit einer Frankfurter Elle oder einer Kölner Elle. Ein Kaufmann musste also in jedem Ort eine neue Maßeinheit nehmen. Es gab teilweise auch noch dieselbe Einheit in mehreren Ausführungen. Hier haben wir zum Beispiel Wien, da haben wir zwei Ellen. Das eine ist eine Leinenelle, das andere ist eine Tuchelle. Tuch heißt in dem Fall Bolle. Und wir sehen, die sind unterschiedlich lang. Leinen und Tuch wurde in zwei unterschiedlichen Ellen gemessen. Und auf Bildern findet man es gar nicht so häufig. Hier haben wir tatsächlich mal ein Bild eines Tuchhändlers oder eines Kleidungs. Man sieht auch fertige Kleidung. Es könnte genau dieser Gebrauchtkleidungsmarkt sein, den ich im letzten Video über Männerkleidung angesprochen habe. Aber auf dem Tisch liegen eine Schere und eine Elle. Und ich habe hier auch mal einen Ellenstab, den würde ich jetzt wieder in die Schaf stellen. Das ist so ein Ellenstab. Und ein typisches Missverständnis, was man immer wieder mitbekommt. Elle, wird immer gesagt, ist der Unterarm. Ja, das ist die Elle und Speiche kennen wir als Knochennamen. Aber wenn wir das mal uns anschauen mit einer Elle, das funktioniert nie. Nie. Wenn wir den Arm nehmen, das funktioniert erheblich besser. Und tatsächlich kommen wir von den Maßen, ich kann es nicht nirgendwo belegen, weil es ist nirgendwo geschrieben worden, nirgendwo definiert worden, das und das ist genau eine Elle. Aber die mittelalterlichen Ellenmaße, zum Beispiel die Frankfurter Elle sind 54 cm, sind erheblich eher das Maß von der Achsel bis zum Handgelenk als die Elle, die wir heute haben, der Unterarm. Ich gehe persönlich davon aus, dass mit der Elle im Mittelalter der ganze Arm gemeint ist und nicht nur das Stück bis zum Ellenbogen. Denn der Ellenbogen ist das, was die Elle beugt. Nicht das ist die Elle dann, sondern das Ganze und der Ellenbogen ist das, was die Elle eben beugt. Wichtig war natürlich jetzt für einen Händler, er muss das alles umrechnen können. Und ich habe ja auch schon mal, auch Kap Torga vor langer Zeit, ein Video gemacht über Rechnen mit römischen Zahlen. Für das praktische Rechnen im Mittelalter ist der Dreisatz unheimlich wichtig. Allein schon, weil der Dreisatz ständig vorkam, es galt im Prinzip über alle Einheiten umzurechnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Tuch in Nürnberg kaufe und das in Köln verkaufen will, dann brauche ich genau das. Ich habe die Kölner Elle, ich habe die Nürnberger Elle, ich habe die Anzahl meiner Ellen, das ist ein klassischer Dreisatz. Also den kann ich auf dem Rechenbrett mit römischen Zahlen tatsächlich ziemlich gut rechnen. Das Rechenbrett ist fast schon optimiert auf den Dreisatz und das war so das alltägliche Handwerk des mittelalterlichen Händlers. Gehen wir nochmal kurz zurück nach Regensburg, da ist nämlich noch eine Einheit neben Fuß und Elle, das ist der Klafter. Man kennt heute noch den Klafterholz, das ist eine Einheit, die wird heute noch umgangssprachlich verwendet. Und der Klafter ist die Länge von Fingerspitze zu Fingerspitze, wenn ich die Arme ausbreite. Es ist tatsächlich lustigerweise bei den allermeisten Menschen etwa eine Körpergröße. Und von wegen, die Menschen waren so klein im Mittelalter, dass der Klafter in vielen Fällen knapp unter 1,80 Meter ist, sagt wieder was aus über die Größe der Menschen damals. Das ist tatsächlich, Fingerspitze zu Fingerspitze ist eben genau dieser Klafter. Und dann haben wir hier aus Heilbronn noch eine andere Einheit, da haben wir nämlich den Fuß, die Elle und die Route. Die Route ist etwa 2,5 Meter, je nachdem, über welche Route wir genau sprechen. Und das ist zum Beispiel auch, Routen wurden auch genommen, um zum Beispiel Felder abzumessen oder ähnliches. Also da, wo ich eine größere Einheit brauche, dann nehme ich dann eben die Route. Was so ein bisschen fehlt, ist so das Gegendstück zu Meter im englischen, im amerikanischen System, haben wir heute den Yard. Das haben wir im Mittelalter den System fast gar nicht. Da haben wir eben diese hier Hauptteile Fuß mit der Unterteilung Zoll, Elle, Klafter und Route. Wenn es darüber hinaus geht, haben wir noch die Meile. Die Meile ist auch wieder ganz spannend. Wenn man sich die ursprüngliche römische Meile anguckt, die war definiert als 1000-Doppelschritt. 1000-Schritt wäre zu wenig, kann man nachmessen. Es kommt nicht an die Meilen ran, aber 1000-Doppelschritt funktioniert wieder. Und das war so die Meile. Und bei Meilen haben wir ganz unterschiedliche Längen. Also dies ist, glaube ich, so eine der Einheiten, die am weitesten variiert. Es kann knapp unter einem Kilometer sein, es kann aber auch dreieinhalb Kilometer sein. Je nachdem, über welche Meile wir gerade sprechen. Das ist eine unfassbare Bandbreite. Ich nehme jetzt auch nicht jede Einheit, die es tatsächlich gab. Es gibt noch erheblich viel mehr Längeneinheiten. Vor allem, wenn wir in die Flächenmaße gehen, dann wird es noch viel mehr. Ich will das Ganze nur grob anschneiden, damit wir ungefähr eine Vorstellung bekommen, worüber wir in Zukunft überhaupt reden. Eine Variante des beiden Längenmaßen ist natürlich dann auch noch mein 13-Knotenseil. Ich habe hier mein Seil mit 13 Knoten. Darüber werde ich irgendwann doch mal im Video machen, wie man damit rechnet. Damit kann ich nämlich ganz erstaunliche Dinge machen. Und natürlich, mein 13-Knotenseil besteht wieder aus Fuß. Und bei 13-Knoten ist ein Seil exakt 12 Fuß lang. Und das ist tatsächlich neben einem Rechengerät, ich kann mit einem 13-Knotenseil rechnen, das wird auch Rechenseil genannt, ist es vor allen Dingen und zuerst ein Maßband. Ich habe ein Band mit 12 Fuß, mit dem ich messen kann. Gerade im Bereich der Architektur wird es wahnsinniger verwendet. Auf jeder Baustelle gab es Rechenseile. Ich kann damit allerdings auch Winkel konstruieren. Ich kann damit auch rechnen. Und wer mal guckt, es gibt glaube ich aus Goudelon ein Video, da wird das erklärt. Leider erklären sie es furchtbar falsch. Sie erzählen dann ganz doll, wenn man damit 3 mal 2 rechnen kann. Nämlich das 2 mal 3 nehmen, dann kann ich es abzählen. Niemand brauchte 2 mal 3 mit dem Rechenseil zu rechnen. Das konnten Leute damals auch im Kopf. Was ich damit tatsächlich kann, sind Brüche rechnen. Das ist ganz spannend. Aber wie gesagt, das wird mal ein eigenes Video sein. Aber dieses Rechenseil als Maßband ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Also wenn ich Maß habe, die ich messen will, unterhalb der Route, habe ich entweder das Rechenseil oder eben eine Elle, wie diese Schneiderelle. Und mit der kann ich Dinge abmessen. Gibt es natürlich auch noch feiner, wenn ich je feiner später gearbeitet habe, dann wurde zum Beispiel der Zoll auch noch ins Strich unterteilt. Das ist nämlich, bin ich ja quasi schon im Millimeterbereich. Dafür gab es dann auch noch Feinwerkzeug. Aber das ist ein Sonderfall. Das ist das, was im Alltag der Leute im Prinzip nicht vorgekommen ist. Gewichte ist ebenso breit. Auch da hat jeder Ort seine eigenen Gewichte. Und hier wird es ganz spannend, denn wir gehen quasi fließend in den Bereich des Geldes über. Das Grundgewicht des Mittelalters ist das Pfund. Und das baut im Prinzip auf dem lateinischen römischen Libra auf. Schon Karl der Große hat einen Karls-Pfund erlassen. Die Gewichteinheiten unterscheiden sich auch immer. Das Karls-Pfund war auch etwas leichter. Man kann so sagen, im Mittel, das Pfund im späten Mittelalter hat etwa 470 Gramm. Also nah an den 500 Gramm, die wir heute teilweise noch als Pfund bezeichnen. Pfund ist zwar im metrischen System offiziell nicht mehr drin, aber zumindest in Deutschland wird es gerne noch als halbes Kilo genommen. Während es zum Beispiel in Österreich relativ unbekannt ist. Das benutzen Leute da eher weniger. Die haben dann stattdessen Dekagramm als Unterteilung. Das ist lustig. Aber das Pfund ist eben heute in vielen Regionen noch verbreitet und ist eben relativ nah an diesem mittelalterlichen Pfund. Mit den Längen- und Gewichtseinheiten sind wir auch wieder am Thema Marktrecht. Ich hatte das schon mal erzählt über Städte, dass Städte Märkte ein Marktrecht verliehen bekommen haben und dafür allerdings auch einen Marktschutz bieten mussten. Und das wird gerne so gesagt, stell nicht ein paar Wachen hin und beschütze diesen Markt. Das ist nicht der Schutz, der eigentlich gemeint ist. Das gehört zwar auch dazu. Auch die sichere Anreise der Besucher des Marktes wird garantiert. Was aber wirklich wichtig ist, ist Rechtssicherheit und Normensicherheit. Und dementsprechend hat die Stadt dafür zu sorgen, dass sowohl Münzen als auch Längenmaße, also Gewichtsmaße und Ähnliches sinnvoll angewendet werden. Man sich darauf verlassen kann, man keine Willkür ausgesetzt ist und im Prinzip auch die gleichen Einheiten verwendet wird. Also deswegen auch diese öffentlich angehängten Längenmaßen, damit jeder hingehen kann und überprüfen kann. Jemand, der gerade etwas gekauft hat, kann direkt vor Ort überprüfen, ist das Ganze überhaupt lang genug oder ist das korrekt abgemessen. Und das gilt bei weitem nicht nur für Längen- und Gewichtsmaße, sondern wir haben zum Beispiel, das ist aus Creaer in der Schweiz aus den 1920er Jahren, das sind noch Hohlmaße, also Getreidehohlmaße, die da öffentlich zu sehen sind. Man kann da dann Getreide reinschütten und überprüfen, habe ich die richtige Menge bekommen? Oder im Freiburger Münster Brotlaibe. Da sieht man oben einen Rundlaib, unten sieht man einen länglichen Laib und unten rechts sieht man zwei Brötchenlaibe, Brötchen sind noch relativ groß, einen Spitzweg, einen Rundweg, oftmals ist das Spitzweg Roggen und das Rundweg ist Weizenbrot. Aber man kann im Prinzip direkt vom Markt hingehen und gucken, sind meine Brote überhaupt richtig gebacken, haben die die richtige Größe? Also auch das sind Dinge, die die Stadt garantiert hat und eben auch mit Strafen durchgesetzt hat. Im Fall der Waage geht das Ganze sogar noch etwas weiter. Hier habe ich ein... Na, was ist jetzt los? Warum wird das Bild nicht eingeblendet? Hier habe ich ein Relief von der Stadtwaage in Nürnberg und so eine Stadtwaage haben wir in sehr, sehr vielen Städten. Ein großes öffentliches Gebäude, ich zeige gleich noch ein Beispiel, in dem gewogen wurde und in den meisten Fällen durfte nur dort gewogen werden. Es gibt Städte, da war der Privatbesitz einer Waage bei Händlern schlicht verboten. Goldschmiede durften eine eigene Waage haben, eine Feinwaage, also genau so etwas, was ich hier habe. Hoffentlich, ja, natürlich hakt sie sich aus, ist ja klar. Hier habe ich so eine... Der Fokus ist weg. Hier habe ich genauso eine Waage als Klappwaage. Ja, jetzt sieht man es halbwegs. Das wäre jetzt eben eine Feinwaage, die ein Händler mit sich führen kann und in dem Fall, man erkennt an der Form der Schalen, dass es sich um eine Waage für Geld handelt. Habe ich aber gleich nochmal ein Bild zu. Und solche Wagen durften, wie gesagt, Goldschmiede haben, aber in einigen Städten durften normale Händler das nicht haben. Die hatten zur Stadtwaage zu gehen und dort wiegen zu lassen, natürlich gegen eine Gebühr. Und dann hat auf der einen Seite die Stadt für die Genauigkeit Sorge getragen, auf der anderen Seite hat sie aber auch Geld daran verdient. Ganz wichtiger Teil so eines Marktrechts, eben dass die Stadtwaage Einnahmen hatte und eben die Gewichte garantiert hat. Und in Frankfurt war das das Haus der Stadtwaage, ist 1900 abgerissen worden, sah vielleicht im Mittelalter auch nicht mehr, hier sieht es mal ein bisschen alt aus, sieht man durchaus, aber man sieht, es ist ein relativ großes Haus und in der Halle im Erdgeschoss hingen mehrere Wagen, an denen eben dann gegen Gebühr gewogen wurde. Eine Feinwaage, wie ich sie eben gezeigt habe, sieht man auch hier aus dem Germanischen Nationalmuseum und das ist jetzt die Waage eines Münzmeisters. Spannend ist hier an, um einen Blick, wo ist mein Zeigefinger, da, ja, wo ist er denn? Mein Zeigefinger will sich nicht blicken lassen. Da ist mein Zeigefinger. Hier diese Schnur, die von oben hier rüber geht mit dem Gegengewicht, Das ist sehr nett, denn an dem Ding kann ich die Waage hochziehen. Ich lasse sie herab, lege sie auf den Tisch ab, tue meine Münzen und Gewichte rein, dann ziehe ich hier an diesem Gegengewicht, ziehe das Ganze hoch und dementsprechend wackelt diese Waage nicht so furchtbar, sondern ich kann relativ ohne Störungen biegen. Ganz spannendes Thema. Sehr prächtige Waage natürlich, nichts für den einfachen kleinen Krämer. Und die entsprechenden Gewichte für seine Stadtwaage, in Lübeck im Holzentor stehen eben noch so ein paar städtische Gewichte, sehr schwer, aus Bronze gegossen, mit Stadtwappen und Beschriftung. Das sind im Prinzip die offiziellen Lübecker Gewichtseinheiten. Gibt es auch ein etwas kleiner, das ist ein älteres Bild, aber das sind Gewichte von einem Pfund, beziehungsweise zwei Pfund, die eben auch mit Beschriftung versehen sind und im Prinzip geeicht. Im heutigen Sinn sind die sicherlich nicht, aber hier ist tatsächlich eine Stadt, die dann dafür gewährt trägt, dass diese Gewichte korrekt sind. Und warum ich gesagt habe, dass das Ganze direkt zu tun hat mit der Währung, Währung im Mittelalter ist nichts anderes als Gewichtseinheiten in Edelmetall. Wir hatten das Karls Pfund, wie gesagt so später um die 470 Gramm und ein Karls Pfund wurde in 240 Dinar aufgeteilt. Und Dinar ist nichts anderes als unser Pfennig. Und später sagt man auch zur kleinen Einheit Pfennig und ein Pfund wurde immer in Pfenniger aufgeteilt. Eine weitere bekannte Gewichtseinheit, die wir jetzt mehrfach hören werden, die wir eigentlich alle sehr gut kennen, aber kaum einer kennt diesen Zusammenhang, ist die Mark. Eine Mark ist ein halbes Pfund. Und wenn ich eine Mark als Gewährungseinheit sage, dann meine ich damit eigentlich immer eine Mark Silber. Das war, wir kennen das heute vom Pfund in England, ein Pfund Sterling. Sterling Silber ist eine bestimmte Reinheit. Also ich kann sagen, ein Pfund wäre eine Münze, Goldmünze, im Gegenwert zu einem Pfund Silber einer gewissen Reinheit. Und so war das mit der Mark eben auch. Nach oben der Zentner. 100 Pfund sind ein Zentner. Heute kennen wir Zentner immer noch als 50 Kilogramm, aber in Pfund gerechnet sind es 100 Zentner. Und dann kommt die Tonne. Heute sind es 1000 Kilogramm. Die historische Tonne ist weit differenzierter. Also es gibt viel mehr Varianten davon und viel mehr Abstufungen und viel mehr Größenvarianz. Also eine Tonne jetzt genau zu definieren, können wir auch wieder ein eigenes Video drüber drehen. Darunter wird unterteilt, eine Mark wird in Unzen unterteilt. Oder in Lot. Lot kennt man zum Beispiel von Silber heute noch. Also es gibt so Begriffe eines lötigen Silbers. Das ist der Silbergehalt. Es gibt Karat. Eine Karat ist eine 24. Mark. Und das ist ganz spannend, denn das Karat, das wir heute kennen, ist bei Diamanten, ist eigentlich eine Gewichtseinheit. Nämlich 0,2 Gramm. Viel weniger als früher. Bei Gold ist es aber keine Gewichtseinheit. Bei Gold ist es eine Reinheitsangabe. Nämlich genau diese 24 Karat. 24 karätiges Gold ist reines Gold, weil doch auf die Marke rechnet, ist 24 von 24 möglichen Karat Gold. Wenn ich jetzt 21 karätiges Gold habe, dann bedeutet das, 21 Karat pro Mark sind Gold und 3 Karat pro Mark sind etwas anderes. Und dementsprechend habe ich zum Beispiel 12 karätiges Gold ist 50% Gold, 50% etwas anderes. So wird heute Karat bei Gold als Reinheitsangabe verwendet. Die Unzu wurden dann noch unterteilt in Quäntschen. Kennen wir heute, ein Quäntschen Glück. Und das wiederum in Pfennig. Dann haben wir genau den Pfennig wieder als Gewichtseinheit. Ein Pfund war aber auch nicht immer ein Pfund. Das wurde genau wie eben die Elle unterteilt, je nachdem, was ich damit abwiegen möchte. Ich habe das Münzpfund, ich habe das Handelspfund und ich habe das Apothekerpfund zum Beispiel. Und lustigerweise Apothekerpfund gibt es im amerikanischen Raum auch heute noch. Es gibt im pharmazeutischen Bereich eine Pfundeinheit, habe gerade den Namen vergessen, die eben nur im pharmazeutischen Bereich angewendet wird und aus diesem Apothekerpfund stammt. Und aus Frankfurt am Main habe ich es relativ genau. Da gab es das schwere Pfund für den Handel. Das wurde auch nicht weiter unterteilt. Das wurde in Brüchen gerechnet. Also es gibt ein halbes Pfund, ein Viertel Pfund, können wir auch noch für Metzger und so weiter. Aber es gibt keine Untereinheiten. Das waren 505 Gramm etwa. Die wurde für Handelswaren verwendet, für den Fernhandel. Für den Kleinhandel, für den Krämer, gab es das leichte Pfund. Da sind wir wieder bei 467 Gramm, also wieder nah an diesen 470 Gramm, die ich schon erwähnt habe. Und das wurde eingeteilt in 2 Mark oder 16 Unzen oder 32 Lot oder 128 Quäntschen oder 256 Pfennig. Und diese Variante 201 Pfund, 256 Pfennig, die haben wir erstaunlich oft. Nicht immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Geldmaße. Und beim Geld gibt es jetzt zwei Varianten. Wenn wir in Quellen etwas über Geldmengen lesen, dann ist das entweder ein Recheneinheit oder eine reale Einheit. Bei der Recheneinheit gehen wir immer vom Standardpfund aus oder von der Mark. Und die in reinem Silber oder reinem Gold ist dann eben das, was in Rechnung gestellt wird. Wenn ich in einer Quelle lese, 8 Mark Silber, dann meint das im Prinzip zwei Kilo reines Silber. Zwei Kilo sind vier Pfund, sind acht Mark. Das ist ein reinem Silber. Das ist das, was ich jemandem schulde. Mit welchen Münzen ich das am Ende bezahle, ist dem völlig egal. Hauptsache, der Silberanteil zusammengerechnet sind acht Mark. Das ist das Wichtige, was dann in diesem Vertrag erfüllt wird. Diese Recheneinheit bleibt im Prinzip im gesamten Mittelalter unverändert, weil sie ja immer sich auf das Reingewicht bezieht. Die muss man sich als etwas Einzeles vorstellen. Das ist das, was in den Schriftquellen gerne mal auftaucht, wird immer wieder im Handel verwendet. Daneben gibt es aber natürlich auch reales Geld. Silbermünzen zumeist. Goldmünzen gab es im Mittelalter lange Zeit gar nicht. Das fängt erst relativ spät, am Anfang des späten Mittelalters an, dass in Italien wieder Goldmünzen geprägt werden und nach einiger Zeit auch im Heiligen Römischen Reich. Aber Standard des Mittelalters ist immer die Silbermünzen. Und da geht es halt eben fast immer um die Marksilber. Die Marksilber ist so das, worum sich das Ganze dreht. Und der Rechnungsgulden, also dieses Pfund, dieses Rechnungspfund oder die Rechnungsmark, wird dann eben als Gulden gerechnet. Ob es ihn gibt oder nicht, ist dabei egal. Es gab noch antike Goldmünzen. Sobald die ersten Goldmünzen hierzulande geprägt wurden, waren das eben auch Gulden und dieser Gulden wird dann eben als Rechnungseinheit verwendet. Wird unterhalten in 24 Schilling, ein Gulden sind 24 Schilling, beziehungsweise 216 Heller. Variiert auch, aber ein Schilling neun Heller ist lange Zeit nicht unüblich und das ist eben die Variante, die im Rechnungsgulden verwendet wird. Im realen Gulden sehen die Einteilung zum Teil vollkommen anders aus. Ich weiß, das ist sehr verwirrend, aber das ist eben genau deswegen der Grund, warum ich dieses Video mache. Im 14. Jahrhundert dann bildet sich im Heiligen Römischen Reich ein Münzbund. Vier Kurfürsten, der Kurfürst von Köln, von Trier und von Mainz, also drei Erzbischöfe und der Pfalzgraf Bayrein bilden gemeinsam einen Münzverband und prägen ich muss kurz suchen und prägen den Rheinischen Gulden. Man sieht hier auch sehr schön auf der rechten Seite, auf der Rückseite sieht man die Wappen, zweimal kreuz, nur was man im Original sehen würde, eins ist rot, eins ist schwarz, also Trier und Köln. Mainz, das Rad und unten das Wappen des Pfalzgrafen Bayrein. Damit diese vier Herren sind im Prinzip die, die hinter dieser Rechnungseinheit stehen und der Rheinische Gulden ist erstmal die populärste Münze im Reich. Damit wird gleichzeitig die Kölner Mark populär, denn auf der basiert dieser Rheinische Gulden und die Kölner Mark wird im Prinzip so eine Art Übergewichtseinheit, eine überregionale Gewichtseinheit im Heiligen Röblichen Reich, die immer wieder verwendet wird. Dieser Rheinische Gulden unterteilt sich unterschiedlich, da gibt es zwei Regionen, ich nehme jetzt mal die Kölner Variante, eine Mark, Gold, sind 234 Gramm modern gerechnet, wurde verwendet, um daraus 66 Gulden zu schlagen. Das heißt, ein Gulden wiegt ungefähr 3,54 Gramm und auch wenn es hier natürlich nicht wirklich ein reiniger Gulden ist, ja hurra, mal gucken, ob er es schafft. Das ist so eine Münze dieser Größe, also etwas mehr als Daumen nagelgroß, das ist eine Goldmünze, so groß kann man sich einen Gulden vorstellen. Also relativ klein, gar nicht so riesig und der hat jetzt eben ungefähr den Gegenwert einer Marksliber. Auch das unterscheidet sich im Mittelalter sehr, je später im Mittelalter umso schräger werden die Umrechnungskurse, da haben wir auch teilweise einen großen Verfall der Edelmetallwerte, aber jetzt mal so über den Daumen gepeilt kann man grob sagen, dass das hier eine ganze Mark Silber ist. Der Feingehalt dieser Münze liegt zwischen 18 und 19,5 Karat Gold, meistens 19,5. Da gibt es auch wieder ganz viele politische Dinge, warum dieser Gehalt sich ändert, aber 19,5 Karat ist so ein Maß, das man immer wiederfindet, das heißt gleichzeitig 4,5 Karat sind Zusätze, also kein reines Gold. Aber das ist so als reinlicher Gulden und der blieb tatsächlich relativ stabil mit ein paar Abweichungen, wie gesagt, weil dann Politik getrieben wurde. Er war eine sehr, sehr stabile Währung und für diese Stabilität wurde auch garantiert. Damit haben wir eben eine Leitwährung im Heiligen Römischen Reich, die sich lange, lange gehalten hat. Bis ins 17 Jahre hinein werden reinliche Gulden geprägt, bis zum Beispiel geschlagen. Der Kaiser hat irgendwann gemerkt, er hatte ein Problem, er hat dieses Recht, Goldmünzen zu prägen, sehr leichtfertig weggegeben. Eigentlich gab es sonst immer nur Silbermünzrechte. Also wenn wir irgendwo von Münzrechten lesen, das sind fast immer Rechte, eine Silbermünze zu schlagen. Ganz, ganz selten das Recht, eine Goldmünze zu schlagen. Und um diese leichtfertig abgegebene Rechte wieder ein bisschen aufzufangen, hat er eine eigene Münze herausgegeben. Ich stelle mal beide gegenüber. Oben ist der rheinische Gulden, unten ist der Königsgulden. Der wurde in Frankfurt am Main geschlagen und wird anhand dieses Zeichens auf der Rückseite auch als Apfelgulden bezeichnet. Das ist eigentlich der Reichsapfel darauf. Übrigens ist ein tolles Argument, wenn wieder jemand kommt und sagt, die Erde war eine Scheibe, dann erklärt mir mal, warum der Kaiser ein Reichsapfel, der die Welt symbolisiert in der Hand gehalten hat. Und auf diesem Reichsapfel ist sogar die damals im Gedanken die Einteilung Europa, Asien, Afrika zu sehen. Darauf Johannes der Täufer auf der Vorderseite und auf der Rückseite eben unterschiedlich Symbole. Sie ähneln sich schon halbwegs und waren auch von der Wertigkeit her vergleichbar. Der Königsgulden, man hat eben sich direkt am rheinischen Gulden orientiert und wollte eine Gegenwährung machen, die im Prinzip eins zu eins austauschbar ist. Bei den realen Münzen, es kommen so mehrere Varianten von realen Münzen mit der jeweiligen Unterteilung, Köln und der Rheinische Münzverein haben eben den rheinischen Gulden, jetzt den realen Rheinischen Gulden, nicht die Rechnungseinheit verwendet und dann kommen auf einen Gulden 16 Schilling. Schilling ist ungefähr so etwas. Na, wertscharf, los. Bei mir geht's. Also eine relativ große Silbermünze, so sieht ungefähr ein Schilling aus. Ein Schilling waren 24 Albus, Albus heißt im Prinzip Weißpfennig, war auch relativ verbreitete Münze oder 192 Pfennig, also jetzt sind wir nicht bei 256 oder ähnlich, wir sind jetzt bei 192 Pfennig und ein Pfennig, ich habe hier ein Original, das ist ein echter Pfennig aus Osnabrück, so klein ist ein Pfennig und er wiegt auch gerade mal 1,2 Gramm. Das ist auch das Gewicht, das ein Original haben musste, so klein ist tatsächlich ein Pfennig und darunter kommt dann noch der Heller. Im Rheinischen Münzverein waren anderthalb Heller ein Pfennig, das heißt auf einen Rheinischen Gulden kommt 288 Heller, ist auch relativ klein, wiegt auch nicht viel, ganz kleine Münze. In Frankfurt sieht das Ganze anders aus, in Frankfurt haben wir wieder den Gulden, jetzt den Königsgulden, ein Gulden sind 12 Turnosen, wieder eine große Silbermünze, eine Turnose sind drei Englische, also 36 Englische auf den Gulden und auf dem Gulden 216 Heller, ganz kleine Münze. Lübeck und der Wendige Münzverein, da reden wir jetzt über Hamburg, Lüneburg, Lübeck, die großen Handelsstädte, die haben auch eine gemeinsame Währung gehabt, die sich eigentlich noch mal deutlich unterscheidet, da hatten wir nämlich die Lübische Mark, es gab auch einen Lübischen Gulden, aber die Lübische Mark war eigentlich die wichtigere Währung, die ist 16 Schilling oder 42 Witten oder 96 Plaffert oder 192 Pfennige. Plaffert und Witten muss einem einfallen. Und so haben wir, also das ist jetzt ein ganz kurzer Anriss an Währung, wenn wir wirklich mal komplett ins Heilige Römische reischauen, was da an Währungsbezeichnung herum ist, ist eine unfassbare Menge mit unfassbaren Unterschieden. ein Pfennig heißt gar nichts, ein Pfennig geht eben vom Weißpfennigen, Albus, das sind 24. Gulden, bis zu Halbpfennigen, Nürnberg glaube ich hat Halbpfennige, ist eine riesige Bandbreite. Nürnberg als letztes hatte tatsächlich das zugänglichste System, das ist sehr sehr einfach zu verwenden, da haben wir einen Gulden, ein Gulden sind 20 Schillinge oder 120 Pfennige, also 6 Pfennige pro Schilling oder 240 Heller. Das ist eine sehr sehr einfache Variante, mit der man wunderbar arbeiten kann. Zwölf Heller bilden einen Schilling 20 Schilling bilden einen Gulden, das ist tatsächlich sehr einfach umrechnbar und das ist auch ein System, das man so als grobe Annäherung immer ganz gut verwenden kann, um sich die Werte in etwa vorzustellen. Wenn jetzt Münzen geschrieben werden, die Abkürzungen haben teilweise wenig mit dem Namen zu tun, wer mal ganz genau in dem Video über Kleidung aufpasst, wird merken, dass ich teilweise mich verhaspel zwischen Gulden und Florin. Florin ist nichts anderes als eine Goldmünze, also ein Gulden, der in Florenz geschlagen wurde und die Abkürzung FL wurde allgemein für Gulden verwendet. Also wenn Gulden geschrieben werden, dann steht da nicht Gulden, dann steht da FL für Florin. Für den Schilling wird SZ genommen. Also es gibt da Abkürzungen, die sich irgendwann eingebürgert haben, die eigentlich auch nicht mehr verändert wurden. Also wenn jemand sagt Florin, dann kann es genauso guten Gulden sein, wenn jemand schreibt Florin, dann kann es auch Gulden sein. Natürlich haben wir dann auch noch ausländischen Münzen etliche. Es gibt zum Beispiel aus den Niederlanden ein paar Münzen, die im Umlauf waren und auch begrifflich eben schon genannt haben. Turnose in Frankfurt die Turnose ist nichts anders als ein Schilling aus Tour in Frankreich. Also da wird eine Münze nachgemacht. Oder der Englische, die hieß wirklich in Frankfurt der Englische und meint nichts anderes als einen englischen Weißpfennig, also einen großen Pfennig aus England, beziehungsweise mit einem Zwischenschritt über Niederlande, da gibt es dann auch eine Münze, die nach einem englischen Vorbild gemacht wurde. Es ist tatsächlich kompliziert, sehr, sehr komplex. Und jetzt stellt euch in diesem ganzen komplexen System den Händler vor, der damit arbeiten muss. Jetzt reist, nehmen wir ein Beispiel, der Kölner Händler, oder wir hatten vorhin das Beispiel Nürnberg-Köln, der Nürnberger Händler reist mit seiner Ware, der gekauft hat, in Nürnberg nach Köln und will sie da verkaufen. Abgesehen von Zwiegentränen ungefähr zwei Dutzend Mal verzollen müsste, reist er nach Köln und jetzt nützen ihm weder seine Nürnberger Maße etwas, noch sein Nürnberger Geldwert. Er muss das alles komplett umrechnen. Und jetzt verkauft er sein Tuch und hat reinliche Münzen, also reinlicher Gulden, Albus und so weiter und damit reist er nach Hause und will in Nürnberg neuen Stoff kaufen. Städte, die über die Märkte gewacht haben, die haben auch bestimmt, dass auf diesen Märkten nicht jede Währung verwendet werden darf. Es gibt Währungen, die dürfen verwendet werden, da gibt es dann quasi einen offiziellen Umrechnungskurs, aber nicht unbedingt jede Münze. Okay, mit dem rheinischen Gulden hätte er jetzt natürlich wenig Problem in Nürnberg, aber ist das nicht der Fall, ist diese Münze nicht so eine das ist meistens ein städtlicher Goldschmied, der das im Nebenberuf macht. Und wenn ein großer Markt oder sogar eine Messe ist, dann übt er diese Rolle aus. Der wird beauftragt, die Stadt gibt ihm das Recht dazu, in Frankfurt ist es sehr gut belegt, während der Frühjahrs- und Herbstmesse durften dann die Goldschmiede als Geldwechsler im Auftrag der Stadt auftreten. Und wenn man jetzt Geld wechseln will, dann wird geprüft, dann wird eben geschaut, wie viel ist so eine Münze tatsächlich wert. Und da haben wir jetzt ganz häufig so die Ideen, das auch wieder auf Burgführer und so, ja, dann haben die da Stücke abgeknipst oder abgefeilt an den Rändern und ja, nur wenn ich an der Münze was abfeile, dann muss ich einfach noch die Waage legen und dann weiß ich sofort, passt das. Und zum Beispiel hier habe ich ein weiteres nettes Original, das ist ein Guldengewicht aus Utrecht in Niederlanden, wenn die Münzen geschlagen, ihr seht, das ist viereckig, hier ist schärfer, wenn die neue Münzen geschlagen haben, dann haben sie so ein Eisengewicht genommen und genau auf das richtige Gewicht gesetzt und haben das dann an verbündete Städte verschickt. Teilweise wurden auch verplombt neue Münzen mitgeschickt, damit man eben ein Original hat, aber diese Gewichte waren deutlich günstiger und wurden zum Beispiel auch an Händler abgegeben und dann habe ich da das Gewicht für einen Gulden und wenn ich jetzt tatsächlich nachprüfen will, ich habe das Gewicht, ich habe den Gulden, ich kann sie weiter auf eine Waage legen, kann sofort sehen, ob da irgendjemand dran rumgefeilt hat, ist im Mittelalter tatsächlich gar nicht üblich gewesen. Das ist so, im 30-jährigen Krieg gibt es dann die Wipper- und Knipper-Zeit, da wurde tatsächlich ganz, ganz viel an den Münzen herum manipuliert, aber da reden wir eben auch von einer Krisensituation, von einem Krieg, im Mittelalter wäre das einfach viel zu einfach. Was tatsächlich gemacht wurde, ich habe hier aus der Werkstatt von Gutenberg eine Warnung vor Falschgeld und hier kann man wunderbar lesen, was sie tatsächlich gemacht haben. Sie haben nämlich einen niederländischen Gulden genommen, nehmen wir den, der hatte 15 Karat und den haben sie neu geschlagen, den haben sie mit einem Fälschen Stempel zu rheinischen Gulden umgeschlagen oder zu Königsgulden, in dem Fall dieser Warnung sieht man hier zum Beispiel auf dem den Apfelgulden, da ist er, hatte ich gerade gezeigt und dann habe ich einen Gulden, der eigentlich 19,5 Karat Gold beinhalten sollte und tatsächlich beinhaltet er nur 15 Karat. Das war eine sinnvolle Fälschung, weil es hat das richtige Gewicht, das war entsprechend gleich schwere Münze, kann man wunderbar als Rohling nehmen, aber durchs Umschlagen schaffe ich es ungefähr ein Viertel Wertsteigerung zu erreichen, super Geschäft und da haben wir die Warnung, das wurde tatsächlich gemacht und ist letztlich auch viel cleverer als irgendwie dran rum zu fallen. Aus Frankfurter Main haben wir auch eine schöne Anekdote dazu, tatsächlich in Quellen zu finden. Der Frankfurter Münzmeister hat den Lehrling des Goldschmiedes, der die Prüfnadeln herstellen sollte, angestiftet in das Granulat dieser Prüfnadeln Kupfer zu geben, damit sich der Reinheitsgehalt dieser Prüfnadel ändert. Eine Prüfnadel, wenn ich Geld jetzt als Geldwöchster zum Beispiel prüfen wollte, kann ich zum einen wiegen, zum anderen muss ich auch den Feingehalt feststellen und das mache ich mit einem Prüfstein. Ich nehme einen Stein aus Kieselschiefer und ziehe damit auf eine Spur mit der Münze, dann nehme ich Prüfnadeln, die eben verschiedene Goldanteile haben und mache kleine Felder quasi daraus und da wo die Farbe dieses Abriebs identisch ist, da kann ich sehen, dass der Feingehalt stimmt. Ich sehe da gar nicht, überhaupt nicht, aber heute noch können Jubeliere lernen in Lehrgängen mit Prüfung damit Goldanteile zu bestimmen und das wird heute tatsächlich auch noch gemacht. Das ist immer noch eine Prüfmethode, eine schnelle Prüfmethode, die angewendet wird. Auf dem selben Prüfstein kann ich auch Säure geben, ich glaube Salpetersäure, dann darf nichts schäumen ab einem gewissen Feingehalt. Wenn ich Königswasser, eine Mischung aus mehreren Säuren, die Gold angreifen kann, draufgebe, dann muss sich leichter Schaum bilden und dann weiß ich, ich habe es mit Gold zu tun. Mit den beiden Tests kann ich zu einem einfachen Prüfstein feststellen, wie hoch der Feingehalt einer Münze ist. In Köln im Stadtmuseum liegt der Nachlass von Hermann von Goch. Hermann von Goch war ein Kölner Patrizier, der wegen Hochverrat verhaftet und hingerichtet wurde und das, was er bei sich trug, wurde in den Gerichtsakten aufbewahrt. Es gibt immer wieder Streit, was davon gehört wirklich dazu. Aber das sind alles Gegenstände, die ungefähr aus der Zeit um 1400 stammen und dieser Prüfstein ist komplett erhalten. Die Nadeln, die gerne dazu gezeigt werden, sind Gebändenadeln oder Stecknadeln, die haben damit nichts zu tun. Prüfnadeln seien anders aus, aber dieser Stein, inklusive der Spuren darauf, die Spuren von Münzen und von diesen Nadeln haben sich erhalten. Das kann man sehr schön sehen. Und so kann ich jetzt als Geldwechsler eben die Echtheit einer Münze überprüfen. Die Münzherstellung ist auch sehr spannend, denn die wurde fast immer weitergegeben. Der Münzherr, wir haben ja auch ländliche Münzherr, selbst hier der Herr von Münzenberg, Ort, wo ich wohne, der hatte schon ab dem 12. Jahrhundert das Recht, Münzen zu schlagen, in dem Fall nur Silbermünzen, und der hat einen Münzmeister gehabt. Die Besonderheit ist in dem Fall, dass der Münzmeister hier jüdisch war. Das ist wahnsinnig selten. Es gibt auch eine einmalige Münze bei uns, den Münzenberger Judenpfennig. Darauf ist ein Christ, nämlich der Herr von Münzenberg, und ein Jude gemeinsam abgebildet. Gab es im Mittelalter nur ein einziges Mal, nämlich auf diesem Pfennig. Aber das war so grundsätzlich üblich, man hat sich einen Münzmeister geholt, der als Handwerker in Auftrag gearbeitet hat. Und in vielen Städten waren das sogenannte Hausgenossenschaften. Mehrere Kaufleute, die genügend Geld hatten, haben sich zusammengeschlossen. Das Problem war bei der Münzherstellung die Beschaffung des Materials, des Edelmetalles. Wenn ich als Landesherr natürlich Bergwerke hatte, eine Bergwerksstadt zum Beispiel, dann kann ich das Ganze direkt umschlagen lassen. Habe ich das nicht, was in den meisten Fällen so ist, bin ich auf den Markt angewiesen. Und der Markt an Edelmetallen heißt in dem Fall Messe in Frankfurt. Frankfurt war tatsächlich der Umschlagplatz für Edelmetalle. Hier habe ich ein Bild aus einer Schweizer Kronen, das zeigt genau eben die Münzherstellung. Man sieht auf der linken Seite einen Handwerker, der Streifen aus Blech schlägt, Silberblech. In der Mitte sieht man den Münzmeister, der mit dem Prägestempel die Münzen schlägt. Und auf der rechten Seite in der grünen Jacke sieht man dann den Helfer oder weiteren Münzmeister, der die geschlagene Münzen den Herrn hinhält. Und der hat eine spannende Aufgabe, das sieht man auch an den merkwürdigen Zangen, der nimmt diese Münzen, die roh geschlagen wurden, die wurden roh zugeschnitten, geschlagen, und der nimmt die jetzt als in eine Zange mehrere auf einmal, so quasi eine Stange entsteht, die er zusammenpresst, und schlägt mit dem Hammer die Ränder glatt. Also dadurch entsteht diese runde Münze, deswegen haben die auch manchmal so einen leichten Wulst, weil sie eben geschlagen sind, die sind nicht geschliffen, schleifen wäre schlecht, denn es würde das Gewicht der Münze verändern, deswegen werden sie geschlagen, und damit ist dann die Münze am Ende fertig, das ist so, der Rohling war natürlich nie glatt, der wurde mit der Schere geschnitten, der hatte immer Ränder, wurde dann auch so geschnitten, dass er genau das richtige Gewicht hat, und dann wird er eben geschlagen, und dann wird er eben in diese Ablagen getan, bis genug zusammen ist, das war im Prinzip die Münzherstellung, egal ob aus Silber oder aus Gold, bleibt sich im Prinzip gleich, und das Besondere daran, ich könnte auch einfach mit Edelmetall direkt bezahlen, es gibt ja zum Beispiel auch so, was man immer wieder findet, ist, dass Münzen einfach geschnitten wurden, und dann rein das Gewicht wichtig war, oder wenn ich sowieso von der Recheneinheit ausgehe, da geht es ja nur um das Gewicht, warum also Münzen? Eine Münze ist im Prinzip ein Versprechen, ohne dass ich jetzt Prüfe, könnt ihr jetzt natürlich den ganzen Prüfvorgang machen, wiegen und den Reinheitsgehalt feststellen, es ist ein Versprechen, das Münzherren, das musst du nicht, kannst du so nehmen, ist das und das wert, kann ich dann verwenden, ich kann es natürlich auch nachprüfen, wenn ich möchte, aber im Allgemeinen hat man es eben genauso wenig getan, wie wir heute irgendwelche Falschgeldprüfungen bei unserem Geldimportmanee machen, könnten wir auch machen, könnten auch schauen, ist das echtes Geld, tut aber letztlich keiner von uns, und mit dem Münzstempel drauf, kann ich das als Herr eben legitimieren. Gleichzeitig erlaube ich aber in meinem Land im Großen und Ganzen nur, dass mit meinem Geld bezahlt wird, auch wegen Schutz des Handels und so, andere Münzen erlaube ich grundsätzlich nicht, in großen Städten wie Frankfurt eben oder Köln oder Nürnberg, klar, da werden mehr Währungen angenommen, ist ja wichtig für den Handel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Kleinstadt gehe, nehmen wir ein, ich komme hier im Mittelalter nach Münzenberg, dann wird hier nur die Münzenberger Münze angenommen, vielleicht noch der Rheinliche Gulden oder so etwas, je nachdem, aber im Großen und Ganzen muss ich tauschen. Damit kann natürlich der Landesheer seine Macht auch ausspielen, er kann sagen, ich schütze diesen Markt, aber ich fordere von dir, nimm mein Geld, du musst dich mir quasi soweit unterwerfen. Um an das Edelmetall zu kommen, in vielen Fällen war es nötig, das am freien Markt zu kaufen und um das überhaupt zu machen, da war ich eben vorhin bei den Kaufleuten, haben sie eben diese Hausgenossenschaften gebildet, entweder ich habe einen Münzherrn auf dem Land oder in der Stadt eben so eine Genossenschaft, die dann eben, in dieser Genossenschaft war auch der Münzmeister drin und die haben quasi die Münze unterhalten, haben sich als Hausgenossenschaft dieser Münze bezeichnet und haben den Edelmetallankauf übernommen. Und jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich Edelmetall kaufe, bis ich das zur Münze geschlagen habe, ist das totes Kapital. Ich muss also das angekaufte Edelmetall zur Münze machen und wieder auf den Markt bringen. Das hat in Frankfurt ganz lustige Folgen gehabt, denn die umliegenden Münzherren, auch die Territorialadligen, wollten so schnell wie möglich ihr Geld wieder in Umlauf bringen. Und das können sie auch zum Beispiel auf der Messe. Und da haben wir Beispiele, der Erzbischof von Mainz, der eben im Kölner Münzverein war. Diese Münze, die ich euch vorhin gezeigt habe, der rheinische Gulden, der wurde im heutigen Frankfurt höchst geschlagen. Höchst war damals eine Nachbarstadt von Frankfurt unter der Kontrolle des Erzbischofs von Mainz und er hat direkt da seine Münze eingerichtet. Längst erst, nachdem ihm die Frankfurter verboten haben, im Flusshafen von Frankfurt auf einem Schiff seine Münzen schlagen zu lassen. Das war sein erster Versuch. Er wollte wirklich in Frankfurt Edelmetall kaufen, aufs Schiff bringen, zur Münze schlagen lassen und direkt wieder in Umlauf bringen. Haben sie ihn verboten. Der Graf von Katzenellenbogen, ich weiß, lustiger Name, hat es noch anders geregelt. Er hat das Edelmetall aufkaufen lassen, dann mit einem Eilboten nach Hause geschickt, zu Münzen schlagen lassen und mit dem selben Eilboten wieder zurück nach Frankfurt. Also es war tatsächlich, je schneller das wieder auf dem Markt war, um eben auf der Messe andere Dinge zu kaufen, umso besser. Ein weiterer Nutzen der Münzherren an dieser Münze und dem Umstand, dass in seinem Land nur mit dieser Münze gezahlt werden durfte, war der Zwangsumtausch. Alle paar Jahre hat man die Münzen eingezogen, die Besitzer mussten die Münzen abgeben und sie haben neue Münzen bekommen, aber nicht eins zu eins, sondern mehr so neun zu zehn. Also für zehn abgegebenen Münzen bekommen sie neun neue. Sprich, ich habe eine zehnprozentige Steuer auf alles. Zehnprozentige Steuer auf Vermögen. Der Vorteil daran, das wurde auch damals so benannt, ist, dass Geld nicht irgendwie in den Kisten liegen kann und vor sich hin liegt. Geld muss im Umlauf gehalten werden. Wenn ich Geld in der Kiste lasse, dann wird es immer weniger wert. Eine Art Inflation. Das Problem hatten wir bis vor kurzem, bevor die Zinsen bei uns so gesunken sind, hatten wir ganz viel Vermögen oder wir haben es immer noch leider, auf Konten liegen, das nichts tut. Das ist für die Volkswirtschaft tatsächlich gar nicht so dolle. Das hat man deutlich eben verhindern wollen und es war eine Einnahmequelle für den Münzherrn. Aber wir haben mittlerweile auch Inflation. Die Inflation läuft ein bisschen anders ab als bei uns. Das ist wirklich so der Begriff Inflation, das ist überhaupt ein sehr moderner Begriff. Wirklich zum ersten Mal damit zu tun, also auch als Wahrnehmung, haben wir im elisabethanischen England, innerhalb des eines Jahrhunderts etwa für drei bis vier fachen sich die Preise. Das wurde von den Menschen damals als halbwegs katastrophal wahrgenommen. Wenn wir das umrechnen, dann sind es gerade mal zweieinhalb Prozent Inflation pro Jahr. Das ist das, was die Europäische Zentralbank ungefähr anstrebt. Also das, was für die als Katastrophe gesehen wurde, ist für uns das, was die Geldpolitik haben möchte. Warum das so katastrophal war, war einfach, dass im Mittelalter und eben auch daran anschließend in der frühen Neuzeit Bezüge gerne festgeschrieben waren. Es gab nicht die Idee einer Erhöhung ständigen. Das hatten wir schon mal beim Thema Ritter, dass die irgendwelche Dinge verpfändet haben oder Einnahmen festgeschrieben wurden, urkundlich und die sich nie erhöht haben. Und wenn dann natürlich das Geld weniger wert wird, ist das natürlich ziemlich doof. Wenn ich gesagt bekomme, ich kriege 100 Guld im Jahrhundert Guld, davon kann ich richtig gut leben und 20 Jahre später merke ich, 100 Guld ist aber gar nicht mehr so richtig viel. Ziemlich blöde Angelegenheit. Das wurde von Leuten tatsächlich als schlecht wahrgenommen. Da muss sich das Ganze erst, also der Markt muss sich da quasi regeln, dass auch die Gelder irgendwann mitsteigen. Aber wie gesagt, es wurde als Katastrophe wahrgenommen. Die Art von Inflation, die haben wir so kaum. Dazu ist die Geldwirtschaft auch noch zu langsam. Also einer der Gründe dieser elisabethanischen Inflation ist eben, dass die Geldgeschäfte immer schneller geworden sind. Und im Mittelalter haben wir eine andere Art von Inflation, wir haben die Geldverschlechterung. Münzherren, ich schlage, wir haben vorhin gehört, aus einer Kölner Mark Gold, 234 Gramm, wurden ursprünglich 66 Gulden geschlagen. Ein paar Jahre später sind es übrigens nur 64,5 Gulden. Und selbst am rheinlichen Gulden kann man eine solche Verschlechterung sehen. Die ist allerdings sehr klein, die ist nicht so wahnsinnig groß. Wir haben andere Währungen, gerade kleinere Währungen von territorialen Münzherren, die jetzt zum Beispiel Pfennige und Schillinge schlagen durften in Silber. Wenn die natürlich sagen, ich habe hier eine Mark Silber und ich habe jetzt die Wahl, schlage ich daraus 192 Pfennige oder 216 Pfennige oder 240 Pfennige oder ich schlage daraus 288 Heller, die aber letztlich auch Pfennige sind. sind, ihr seht die Versuchung. Ich kann einfach durch einen neuen Prägestempel mein Geld vermehren. Und Geld Vermehrung, das ist tatsächlich das, was wir aus Hyperinflationen kennen, das, was eine Inflation so richtig vorantreiben kann. Und das haben wir im Mittelalter immer wieder und überall. Auch der Königsgulden sollte sich immer sehr im rheinischen Gulden orientieren. Und es gibt einen Fall, dass die Münzherren des rheinischen Münzbundes dem Kaiser sagen, dass der rheinische Gulden mit 22 Karat geschlagen wird, woran sich ja natürlich der Königsgulden orientiert und tatsächlich schlagen sie längst mit 20 Karat, also gerade mal 10% weniger Gold. Das ist ein gutes Beispiel für die Münzverschlechterung im Mittelalter, die auch immer wieder zu sehen ist. Also da sehen wir tatsächlich eine Abnahme des Geldwertes, was uns die Quellenarbeit natürlich noch mal unheimlich viel schwieriger macht. Wir haben eh schon diesen Wust an Münzen, diese Komplexität, dann auch noch Rechnungswährung, Realwährung, kann einem den Kopf zum Explodieren bringen und in das Ganze hinein haut dann noch eine Münzverschlechterung. Also da sieht man schon, es ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, das Ziel dieses Videos war in den nächsten Filmen, in denen es auch um Werte geht, ungefähr eine Größenordnung zu sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, ein Handwerker verdient vier Gulden im Monat, was ist das ungefähr? Welche Untereinheiten gibt es? Eine elle Stoff, was ist das überhaupt? Das war mir ganz wichtig, das mal reinzubringen. Aber man kann es natürlich auch, wie sage ich mal, in der angewandten Geschichte ganz gut benutzen, im Rollenspiel oder im Lab. Im Rollenspiel haben wir gerne diese Variante 1 zu 10 zu 10 zu irgendwas, also ich nehme jetzt mal haben wir den Golddukaten, ein Golddukaten hat glaube ich 50 Gramm Gewicht, laut Regelwerk, sind 10 Silbertaler, die auch genau dasselbe Gewicht haben und ein Silbertaler sind 10 Heller und der, ich weiß gar nicht wo raus, der ist aus Messing glaube ich und ein Heller sind 10 Kreuzer, die dann wiederum aus Zinnen sind und vom historischen Standpunkt gibt es im Mittelalter weder Kupfer oder Messingmünzen noch gibt es Zinnmünzen oder sowas, also wir haben den Rechenpfennig, den Jeton, den ich zum Rechen auf dem Rechenbrett verwende, der ist tatsächlich aus Messing, aber der ist nichts wert, das ist kein Geld, das ist extra nur ein Rechenpfennig. Also im Mittelalter haben wir im Prinzip ausschließlich Gold und Silber, in der Antike haben wir andere Münzen, später haben wir auch andere Münzen, in anderen Regionen haben wir sowieso andere Münzen, aber im europäischen Mittelalter, um das es uns regelmäßig geht, haben wir im Prinzip nur Gold und Silber und selbst Gold nur zu einem gewissen Teil. Und auch die Einteilung 10 zu 10, ein Kilo Gold sind eben nicht 10 Kilo Silber, sondern der Wert ist erheblich unterschiedlich, ich weiß gar nicht wie heute, ich glaube Gold ist pro Kilo ungefähr 12.000 Euro, wobei es kann auch wieder Silber irgendwie bei 5 bis 700 oder sowas, also wir sind mindestens bei 1 zu 20, wenn nicht mehr, wir haben eigentlich nie 1 zu 10, das ist viel zu simpel gedacht und letztlich ist auch dieses Dezimalsystem natürlich nicht mittelalterlich und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, versucht mal gerade das Nürnberger System, das ja sehr einfach ist, versucht mal eure Fantasy Welt oder euer Labgeld auf einen Gulden gleich 20 Schilling gleich 120 oder 240 Pfennig bzw. heller aufzubauen, diese 1 zu 20, 20 zu 12 Einteilung, die ist sehr nett, übrigens auch das was England oder Großbritannien lange Zeit noch als Geld hatte, damit kann ich wunderbar arbeiten, also das macht hübschere Münzen und dann kann ich eben auch die Goldmünze und die Silbermünzen und habe nicht 1 zu 10, sondern ich habe 1 zu 240, eine Goldmünze sind 240 Silberpfennige, damit kann ich arbeiten, dann ist die Goldmünze auf einmal richtig was wert, also nicht so Gold, ein Gold sind Silber, nein, ein Gold sind 240 Silbermünzen, das macht echt was her und es macht das Ganze auch nutzbar, denn wo war das bei Midgard, Rollenspielsystem Midgard, da muss man Geld ausgeben, wenn man aufsteigen will für Lehrer und so und ich glaube irgendwann ab der 7. 8. Stufe ist man dabei, Tonnengewichte in Gold hin und her zu bewegen, also oder im DSA 1 Kilo Gold sind 40 Dukaten, das heißt um ein Haus zu kaufen, muss ich mehrere Zentner Gold durch die Gegend wuchten und das ist natürlich Unsinn, 1 Kilo Gold ist richtig viel wert, nehmen wir im mittelalterlichen Kontext 66 sind 120 132 sind 264 Goldmünzen sind 1 Kilo also das ist schon ordentlich also ich glaube die Dürer Familie Dürer hat 600 Gulden für ihr Haus bezahlt also 2 Kilo Gold das ergibt irgendwo mehr Sinn damit kann ich tatsächlich das kann ich mit mir führen und muss nicht Tonnen mit mir führen ja das war im Prinzip auch schon unser kurzer Einblick in Längen, Maßen und Gewichte ich weiß es war ein relativ kurzes Video aber es sollte mal so ein Einblick sein ein paar interessante Dinge dazu zeigen ich weiß ich habe diesmal gar nicht so viele Bilder gehabt dafür habe ich mehr Dinge direkt gezeigt ich verlinke unten auch gleich nochmal den ursprünglichen Artikel da kann man noch ein paar Daten mehr rausnehmen da habe ich auch Gewichte von Münzen mehr erwähnt die wollte ich euch jetzt nicht alle auch noch erzählen das sollte einfach mal so der Überblick sein nächste Woche gar nicht Blödsinn Hänger noch was zu vorausschneiden großartig als nächstes wird es sicherlich weitergehen mit dem Thema Städte was haben die Leute verdient wie waren die Lebenshaltungskosten welche sozialen Schichten haben wir darauf sollte das Ganze hier vorbereiten ich würde mich wahnsinnig freuen wenn ihr dann wieder dabei seid wenn euch diese Film gefallen hat liked das Video abonniert den Kanal lasst mir einen Daumen nach oben da schreibt in die Kommentare was immer euch einfällt ich versuche wie immer alles mögliche dazu zu sagen und wo wir gerade schon beim Thema Geld seid wenn ihr mich unterstützen wollt ihr könnt mir entweder einen Kaffee beziehungsweise eher ein Malzbeer ausgeben oder mich auf Patreon unterstützen den Link findet ihr auch unten freut mich immer wahnsinnig aber vielmehr freut mich wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und zuschaut ja bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer bleibt gesund